Hey, wo zu kommenden? B, 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 B Monster! Warum schau dir jetzt mal eine Kappe? Ach, denk mal los. So, Balti! Fick mal Dick! Balti? A wird gesichert. Eine im Low! Alpha ist abgesichert. Ey, Loco! Ey, lass uns doch mal Partyspiele spielen nachher. Hast du... Nee, nicht wenn du 24, äh, 24-7 da ist. Hast du mal von deinem Partner die Wansen? Komm, komm zu B, komm zu B, bitte. 24-7? 24-7, ja. Ähm. Bravo ist abgesichert. 24-7. Ja, 4-7. Alpha wird gesichert. Ja, ich hab... äh, ja. Ich hab... äh, ja. Ich hab... 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ja. Alpha gesichert. So wie sie sich mit uns eins noch. Boah, Loco. Okay, lange Leitung und so, you know. B, Granate auf B, young. So, alles gut. Shit, mal euer Leben, ey. Tschindere. Ach, ja. Ach, ja. So, Geis, einmal leckt's alle. Loco, 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 Loco. Loco, Loco. Ich bin gar nicht aus, ihr Schuldige, ne. Was gab's das abgewickelt aus, wenn die Verbindung abkackt wegen dir? Du bist der Erste, der was den Host, äh, beeinflusst. Ja. Egal ob man schuld ist oder nicht. Loco, Loco. Ey, Loco, Loco, Loco. Loco, 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 Loco in der Nähe er sieht der Liedermann ausgeboten gemacht ein was mein geschützt so wird es verstanden so schreit ihr P-Granate es ist spaßten danach hat Dann hab ich ihn vorher schon geklaut Willst du noch Black Ops 1 pfeift mit dem verrückten Doktor? Was? Black Ops 1 pfeift mit dem verrückten Doktor in die Zombie-Map Ja Wenn du die Waffe wirklich schon was hast Stell dir das den Nuketown vor Ja man! Einer im Lauf gewonnen Stell dir einen im Lauf Bist du rausgegangen? Oh ne Klar Hast du gesagt Geh raus Zack Du warst raus Und es hat sich gelohnt Wir verlieren Bravo Einer im Lauf gewonnen Ich mein wenn ich geh raus geh Geh raus sag Dann mach ich eigentlich dass der Party leader mit der kompletten Party rausgehen soll Achtung! Feindliche Drohne nähert sich! Jaaaa Ja das... das hab ich schon verstanden Nicht Hehehe Hehehe Boah ich freu mich schon auf Weihnachten Nein im Lauf ist auch schön Warum freust du dich schon auf Weihnachten? Hehehe 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 Was denn dieses Kind? Ich war heute Geschenke kauften Äh Ich freu mich schon auf NV4 Ich auch Ich Black Ops ist zwar auch geil Also wenn sie irgendwie viel richtig machen oder einfach nicht für ich für eine Speziale von meiner Trommal doch Inwiefern wird genau das gut bleibt die NW3 Also jetzt mal ohne Mist Ja Also die ganzen Toller-Motionen die jetzt rauskommen die werden immer schlechter So mit Black Ops Und das ist zu spät für euch Also das geilste Ego-Shooter was jetzt in den letzten Jahren rausgekommen ist Black Ops 1 und Battlefield 3 Was sind Black Ops 2? Ja Ja Fuck mich auch von deinem Sammhatt Ja weil du es nicht kannst Mit CSGO? Ja was ist mit CSGO? Ey das ist der größte Scheiß Ich bin so gekauft weißt du Für Xbox? Ja Nein nur da Stop 1200 Microsoft Points Sind was rausgehauen Ja Bei den Scheiß ist das dein Name Das wäre mein Name gewesen Ja Na Na wie ist doch besser am aufgeladen Huh? Ja Ja Oh Fuckin German noobs Fuckin German noobs Fuckin German noobs You're a fucking bitch Yeah Yeah man Ja man Guck's dir an 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 Eing von Ultimae Ich kann Fuck you Always Everytime Everything Ach hier noch ne Runde Interessant Hey wie wie lange war schon ungefähr noch? 2 Spiele? Ne 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 Spielsersfalle 54 Ahring Ahring Ja Einbis zu befinden Ich weiß schon Nein 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 Keine Wir gucken uns an Er tut die Oh es war Liebe auf den ersten Blutsch Geile Das hab ich mir so richtig gerade gedacht Feindliche Drohne näherz Mit hat die Hand über Ziegenbild muss man auf jetzt wixen, oder? Ja! Ja! Ich habe mich auch kratzt, genau! Vielleicht darfst du jetzt hier mal durchlüften oder so was demnächst? Mittlerweile sitze ich eh schon seit ungefähr 10 Stunden im gleichen Raum ohne Sonnenschein und ohne Luft und so. Das kann zu leicht beschwerend fühlen, denke ich, oder? Probleme würde ich hier sagen. Ja! Morgen will ich aus dem Roblox kommen! Oh, Sonne! Ah, weg! Oh, Sonne! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Scheiße! Ob du auch funkelst im Sonnenschein? Ja, mein Gott, durch Sonnengrämen. Das muss wirklich sein. Hey, wie lange habt ihr noch? Ja, ich bin jetzt bald, ich habe die Hälfte von 55. Nein! Aber wie lange wir noch spielen müssen, du Lappen? Wir sind gerade in der zweiten Halbzeit. Okay. Sag mir dann an, wenn ich fertig bin. Ja, noch 3 Minuten 22 maximal. Maximal! 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 das war und mann wir haben es um dort haben wir uns auf und wird er so eine Selle aber ein Kind das ist die Gäste ich habe mich übelst über die Entau gefolgt dass sie in dem Spiel dabei ist nur ich habe die gleiche in drei Runden gespielt die Gäste aus der Führung die Gäste haben schon aus in den Witzweger so schon die Tau in 20 Aker die ich überhaupt nicht gespielt mit einer der geizten Waffen ich sicher spiel ist dass ich mal so er kommt es aus sichern oder das war ein Gott passend was ist und der Doppel sich in den Paragraphen geliefert werden die Türen Hörer Prozent und auch ein nach oben waren L um die Arsene aus der Ziffern zweiter vielleicht schaust du die 80 meine Kurs noch 90 gewesen schön ich höre es ist noch jemand 100 schafft diese sniper kotzen mich an die ballern mich jedes mal weg wie habe ich dann noch eine zwei lüte bis seit einer davon okay wie ist es auch gereinigt ich würde jetzt was sagen aber das ist doch zu Wort Prozent er wird an in einer Abwechslung er der frisst und frisst und frisst das ist nur so viel weil er nicht so gut zum nächsten Mal dass sie die die nicht so wie zurecht es stimmt nicht fast in der Zähne nicht doch bloß das ist schön ja ich bleibe hängen im Gebüsch was hast du wieder was hast du bis in Busch gesucht Wahnsinn ja das ist was ich das auch Sniper wo es kann ich sein ich habe ein Full Metal Jacket eigentlich sind doch wirklich gut habt ihr den Fängnis gesehen der ist geil finde ich richtig gut mit Pryl, Paula und so naja aber ehrlich gesagt ich finde die erste Hälfte finde ich irgendwie viel besser als die zwei die Fängnis sind so in der Ausbildung und so ja in der Ausbildungscamp ja ist er eigentlich ganz tsch Alter ey der andere ist ja voll krank schießt er sich im Bade einfach mal BAM und das ganze Gehirn und das ganze Gehirn das ist aber wirklich kein Ausdruck ne ja das ist der M4 und kein Kinderge- keine Wasserbiss hole was lehrt mir doch auch kein Fettnetzug ich bin nein 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 doch scherz ja er ist offen so der ist 50 die erste Hälfte was in mir 55 55 muss doch auch der machen ne ich brauche 23.500 EP also nach dem Spiel bin ich fertig du hast dein Herz zu machen und wie man sagt drückt man zusammen das ist jetzt nicht ihr ernst das ist schön ja nicht so stimmt wir sind jetzt alle so aufs Prestige eigentlich zugegangen alle bt 54 jetzt rücken wir alle zusammen Prestige oder? zu dritt warte ich schaff das auch noch ich schaff das noch ich schaff das noch ja träum weiter wir fahren doch nicht bis morgen ja der war gemein sag besser nächste Woche denn soll ich eigentlich schaffen ja aber das ist schon peinlich gell drei Level oder vier Level in ein zwei Stunden da zu machen WP zwei WXP Wochenende ja und das im Live- und das auf Video aufzunehmen das ist ähm naja schon top ne ich denke das spricht für sich oder? ja ich bin auch nicht neiler ja und dann machst du euch noch mehr Punkte weil du für jeden Kellner ne Medaille ne Medaille kriegst das sind pro Kellner das ist 750 oh alter ne wie viel sind 6 650 also keine Ahnung 600 ja alles klar der Feind hat Bravo eingenommen Jungs wir dürfen uns nicht ins Bohn drücken lassen ne ist ja schon ein Klau das passiert aber grad ja der hat auch wieder die Pro-Welt hat auch wieder kracht wie schnell das Ds die zacken alle rüber in den Schott dann boah ey es kann nicht sein es kann doch einfach nicht sein ich überschreib mir dann die EIN 94 frei und dann ist erstmal die Randalle Ralf am Start so gut ist die nicht hab ich mich auch vergeschaltet aber ich sag das halt ich brauch ne gutes ein gutes Stromgewerbe hieß du mit der Ty-5 und 2 dann heißt ihr seid fertig nehm die M8A1 glaubst mir ach fuck ihr würd mich weitergemacht haha okay 3 Schuss Waffe M8A1 nein ich sag dir mal ich habe eine Aufsteigungswaffe aber das ist irgendwie anders nehm die M8A1 kann mich hier mal jemand einladen da ist ein gegnerischer Teil ja das ist schlecht aber glaub mir wie man M8A1 so geröst ist das nicht es ist ja richtig gewidungsbedürftig ne aber die Waffe schießt 4 Schuss wenn man das weist und ist wirklich stark und dann ist der Gegner meistens tot weil meistens sind die Gegner ja auch noch ein bisschen angeprackt ja also also wenn ich den Mund weggeben darf M8A1 Respekt Galle Waffe dieser war auf Nugfest nicht so vorteilhaft ne also will ich lieber eine MP nehmen ja ne echt das Spiel auch muss die die ähm das Stunkel wäre weil ich hier auch relativ große Distanz zu spiel hast du ja dann kannst du ja auch nehmen ich meine also ich finde die M8A1 ist ich meine das Ding hat der Null Rückstoß das ist wie ein Sniper das Teil das ist das beste GWM Spiel ganz ehrlich Stunkel wird MP ja alles Abstand ja ey oh wer ist denn jetzt schon bitte oh dieser scheiß Heli ey Piss dich du dreckst Ding Oh, ey, und diese Pumpguns, das ist wie so ein richtiger Vetter-Kamp-Shot direkt ins Gesicht. Ich schütze schon kaputt, Mann. Oh, ey, alles klar. Hallo, meine Damen und Herren, hier ist Whiteboyz South Street. Was ist denn los? LOL, der spielt jetzt auf Automat. Wer? Whiteboyz. Whiteboyz. Hey, wie lange habt ihr noch, ich dachte, 3 Minuten. 4 Minuten, 4 Sekunden, 44 Sekunden noch. Dann haben wir nochmal eine Runde. Äh, um genau zu sein, wir haben eigentlich die Runde schon vorbei und wir hab' ich bloß nicht eingeladen. Sorry. Beast Wars, Beast Wars, Beast Wars. Wir haben's alle vergessen, Mann, sorry, ich bin nicht mehr Gruppleiter. Ich bin mal kurz weg. Und das Spiel. Und das Spiel. Oh, passt schon wieder. Auf zu pfeifen, Mann, scheiß, nicht lustig. Boah, Jungs, hab das denn mal. Loco, hör auf! Also Jungs, wir haben hier einen Linkenpark, irgendwie nur die Witz, pfeift, kriegt von mir einen Euro. Halbzeit. Stell dir vor, Zombies würde, äh, würde es geben. Mann, hätte ich Angst. Zombies essen Gehirne, deswegen ein bisschen Sicherheit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der ist gemein. Oh nein! Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Der Feind hat fliegt. Ja! Och, ey, die erschießen mit dieser Pumpegern auf eine Entfangung, das geht gar nicht. Bravo, uns gesichert. Ey! Der, dieser Wichser, der... Ey! Und wo will denn der noch schießen? Feindlicher Blitzschlag steht bis zu. Pfff! Drei! Take her! Also, Turns aus dem Deckel war. Oh, diese Pumpgun-Schwuchteln kriegen mich so oft, ey. Versuchen uns erst mal eine andere Lobby. Ja, genau, der schießt einfach mal so, genau, und gibt mir einen Headshot aus der Hüfte, alles klar. Headshot aufhören, oder? Let's start. Headshot aus der Hüfte, alles klar. Headshot in die Hüfte, alles klar. Kannst du das nicht? Klar, das ist voll locker, Headshot in die Hüfte. Heißt, ich bin sicher, wenn ich will, dann im nächsten Prestige meine PDW zum Anfang so missbrauchen kann. Dass es keine besseren Waffen gibt. Wir verlieren C Okay, Prestige Nein, noch ein paar Punkte Okay, aber so ein Spielbonus allein habe ich dann die Punkte schon Die paar Sekunden sind schon verdammt lange Die zweite Runde ist gerade Oh Mann Ja, sorry, die zweite Runde haben wir gleich Ich sagte auch immer, vergessen sich einzuladen Ja, scheiß geil, ich bin zu rein im Laufe Ja, bis dahin sind wir fertig Wir haben noch eine Minute zu spielen Um möglich ist es eine Minute zu spielen Ja, ja, das bringe ich hin Der Scheiß hat einfach alles Ne, es macht voll Spaß in einem Laufe Echt? Ja Vor allem, wenn der letzte nicht checkt, dass er ein Radar hat Ich glaube, das Video habe ich auch hochgelassen Der Typ, der hat jetzt einfach wirklich nicht gecheckt, dass er ein Radar hat Hast du mir das schon mal in Feuersenpflege jetzt angenommen? Ja Danke Ja, ich bin Prestige, Jungs Es war schön mit euch Ähm, lappigen vierten Prestige, ne? Doch es wird Zeit, es wird Zeit Ach, es wird also ohne uns drücken, oder was? Ja Echt? Es dauert noch eine Zeit, es dauert doch fünf Tage Ah, die Schnauze, ey Ich würde sagen, wir suchen auch eine andere Lobby, oder? Ja, wer sucht dafür Sagen wir, da haben einen anderen Kollegen jetzt mal ein Mission gescheitert Das muss nächstes Mal besser laufen I wanna be American Idiot I wanna be American Idiot I wanna be American Idiot Also, aus here Joint in yo I'm American Idiot So, Jungs, also Another party verb�명 I don't know There, nothing is active, Bimon, where are you? ich bin hier Sitzungsbeitritt jetzt also Kaserne erst bei der Schrift für sich ab okay gesunken passt also weil es alles aus der KM drücken die Witte sich echt drücken oder ja ich habe alles bei werden er drückt dann ist es ein Verräter oder die Maschke drückt es ist so ein Präter in ganz ehrlich Spassi der Geise der Bandschlage naja da drücken wir zusammen oder genau und vorliebe geht es stellt alles Statistiken zurück und sie starten bei L1 1 bis die Schamilbar auf geht's ach Sekunde ich schaue noch schnell nein jawohl es ist nur noch einer da und jetzt kriege ich die Einladung Scheiße Ex-Erditor-Platz oder? Irgendwer ist wieder da und ich als Auster stolz auf mich Jungs weil du ein Verräter bist rin Jungs Lullo ich kann erst die Kommission rin natürlich Gotts werden so gut sind eh die starke schon geil aus ne hoch den märz passt auto 21 bis 45 erst alter Nee, ist der jetzt raus? Ja Ohne Scheiß Ich war am Ich hatte noch Zwei lebende andere noch eins Ja Wir waren nur noch zu zweit Einem Lauf Ich hatte zwei Kugeln Eher eine Und ich Jetzt ist Host Migration Alter So ein Huso, Mann Fuck Zitterland Ja, aber echt, Alter 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 Ich hasse solche Kackspassen Übrigens, die meistgezeigte Map bei den Rotokomander War Nuketown, ne? Komischerweise Wenn das bloß liegt Man Wir finden schon wieder keine Spieler hier Loco Das bloß liegt Okay, machen wir noch mal kurz ein Bild, dass sie Prestige sind? Nee, du bist ja so ein Verräter, deswegen mache ich Gewinn mit dir Brauchst mich sogar nicht mehr zu verlinken No real life Ja, ich hab' mir rausgeflogen Ja, ist jetzt noch nicht mehr verfügbar, war ich auch? Ja Loco, mach mal kurz drauf, dann kannst du nachschauen Versteh's? Versteh's? Sie wurden aus der Party geworfen Was für eine Leitung, ihr könnt nicht alle mal Ich hab' eine 16K-Leitung in der Tenet Ja, du hast, du hast vielleicht ne 3000er oder keine 16Ker Am Arsch, ich fotografiere euch das ab Ja, verpasst du denn, für Telekom oder was? Telekom, ja Für, 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 für Oder, 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 afghanisch Telekom Telekom, afghanisch Telekom, man Stehst du hier nicht Telegram, Alter Wo, wo ist, ich fotografiere euch das ab Ich brauch dein Handy Ja, äh, 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 mein Lappen redet weiter mit euch, bis gleich Ja, halt, ich hab' jetzt, ich hab' jetzt gerade beide Lappen hier gesagt Da hat zu uns Lappen gesagt Sprich sie ist 5, bitch Nee, das hat er zu mir gesagt Achso, gut Wenn's weiter nix ist Bist du einer? Hä? Bist du einer? Ja Farbe? Äh, weiss Wo hat man nicht gekauft? Gelblich Braun Wo hat man nicht gekauft? Was? Wo hat man nicht gekauft?